hallo und herzlich willkommen liebe gamingfreunde hier ist wieder mit einem weiteren video zu goody life ja wir sind in spa francochamps eine mega 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 geile rennstrecke wirklich macht massiv spaß macht wirklich massiv spaß ich nehme euch jetzt einfach mal auf ein paar runden mit und ich muss es absolut bedauern dass die letzte runde leider nicht komplett drauf ist denn das war meine schnellste runde hier in diesem stint und ja leider fehlt das ergebnis ich werde am ende einblenden was rauskam bei der runde man kann es ungefähr erahnen wenn man sich die res chrono daten dann anschaut die ich ja oben ein mit eingeblendet habe und unten auch mit es war super rouge ist einfach schön es macht wirklich richtig spaß in spa zu fahren und ich hoffe ihr habt jetzt auch spaß mit diesem kleinen video und will euch jetzt nicht den ganzen motoren zauern und alles nehmen ich wünsche euch ja viel spaß denkt einen daumen nach oben falls euch das video gefallen hat würde ich mich sehr darüber freuen abonniert den kanal falls ihr es noch nicht getan habt verpasst ihr hier weiter kein neues video ich sage bis zum nächsten mal so long goodbye keep gaming euer goodie Sollte Das war's. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR